Liebe Patientinnen und Patienten, wir starten das Herz in China gleich mit einem ganz zentralen Krankheitsbild der Medizin, nämlich dem Herzinfarkt. Wir haben es schon gehört. Und wahrscheinlich würde ich Ihnen heute einen ganz anderen Vortrag halten, wenn es diese Person, die Sie hier links sehen, nicht gegeben hätte. Dies ist Andreas Grünzig, ein deutscher Herz- und Kreislaufarzt, der 1939 in Dresden geboren wurde. Also er hat seine Wurzeln in Sachsen. Er ist während der Wirren des Zweiten Weltkriegs geboren. Sein Vater ist in den letzten Kriegsmonaten an der Front gefallen. Die Mutter ist dann mit ihrem Sohn in den Nachkriegsjahren nach Leipzig gezogen. Andreas Grünzig ist hier in Leipzig an die Thomas Schule gegangen, war bei den Thomanern. Im weiteren Verlauf ist die Familie dann in den Westen geflohen. Andreas Grünzig hat in Leipzig, in Heidelberg Medizin studiert und er ist dann über einige Zwischenstationen in die Schweiz gegangen, nach Zürich und hat an diesem Haus, was Sie hier unten sehen in Zürich, tatsächlich Medizingeschichte geschrieben. Und ohne ihn und seine Entwicklung sähe vielleicht die Behandlung des Herzinfarktes heutzutage ganz anders aus. Was er gemacht hat, darauf komme ich später nochmal zurück. Zu Zeiten von Andreas Grünzig wie heute ist der Herzinfarkt ein sehr wichtiges, sehr komplikationsreiches und gefährliches Krankheitsbild und muss ernst genommen werden. Das sehen Sie hier. Ich habe heute nicht viele Zahlen und Tabellen mitgebracht, aber diese Tabelle ist tatsächlich eindrücklich. Sie sehen, die Durchblutungsstörungen vom Herzen gehören wirklich zu den wichtigsten Todesursachen in Deutschland. Das sind recht aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2018. Der Herzinfarkt rangiert an Stelle zwei, aber diese anderen Durchblutungsstörungen vom Herzen und die damit verbundenen Erkrankungen, die Herzschwäche sehen Sie hier unten, das sind alles wichtige Erkrankungen, die wesentlich zu Todesursachen in Deutschland beitragen. Wir haben in den letzten Jahren etwas erreicht. Die Behandlung des Herzinfarktes hat sich verbessert. Das ist auch ersichtlich an einer leicht rückgängigen Kurve der Sterbeziffer, der Sterberate am Herzinfarkt. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn die Patienten wirklich optimal behandelt werden, haben wir in der Akutsituation, wenn der Herzinfarkt auftritt, immer noch eine Sterblichkeitsrate von 8,4 Prozent. Und das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die, dass es mit dem Herzinfarkt selber oft nicht ausgestanden ist. Die Monate, Jahre danach sind genauso wichtig. Man kann nicht sagen, das war es jetzt, jetzt habe ich ihn überstanden, jetzt geht es weiter. Nein, man sieht hier in den ersten fünf Jahren nach dem Herzinfarkt sterben leider viele weitere Patienten und nach fünf Jahren ist bereits jeder Fünfte nach einem Herzinfarkt verstorben. Wenn man verstehen will, was ein Herzinfarkt ist, was ihn verursacht und wie man ihn behandelt, muss man sich einmal ganz kurz mit dem Herzen, dem Aufbau und der Funktion des Herzens beschäftigen. Das sehen Sie hier. Das Herz, das werden Sie wissen, ist im Wesentlichen, wenn man es vereinfacht sieht, ein Muskel, ein muskuläres Hohlorgan, das vier Kammern umschließt, zwei Vorhöfe, zwei Hauptkammern. Und das Herz ist dafür verantwortlich, dass es vom ersten bis zum letzten Herzschlag das Blut durch unseren Kreislauf pumpt und damit unser Leben aufrechterhält. Das ist eine enorme Leistung. Das muss man sich immer mal wieder bewusst machen. Das bringt enorm Respekt. Und dafür, dass das Herz das leisten kann, ist es selber auf Durchblutung angewiesen, also selber auf einen Kreislauf angewiesen. Und diese Durchblutung vom Herzen wird durch die Herzkranzgefäße vermittelt oder Corona-Gefäße, wie es teilweise heißt. Es gibt zwei große Blutleiter am Herzen. Einmal das rechte Herzkranzgefäß, das sehen Sie hier. Das versorgt die Hinterwand des Herzens. Und dann gibt es ein großes linkes Corona-Gefäß, was ebenfalls aus der Hauptschlagader entspringt und die Vorder- und die Seitenwand aus zwei großen Ästen mit versorgt. Normalerweise sind diese Blutgefäße, diese Corona-Arterien sehr glattwandig. Sehen, wie Sie es hier auf der linken Seite sehen, haben hier einen schönen Innendurchmesser. Durch ein Krankheitsbild, was dem Herzinfarkt eigentlich zugrunde liegt, verändern sich aber die Blutgefäße am Herzen. Sie sehen das hier. Es kommt zu Einlagerungen in der Wand. Dieses Krankheitsbild nennt man Atherosklerose. Und hier im Bereich der Wand lagern sich dann im wesentlichen Entzündungskomponenten ein. Also Entzündungszellen, Entzündungseiweiße, aber auch sehr viel Fett, fette Cholesterin. Es kommt zu Bindegewebsablagerungen, zur Ablagerung von Calciumphosphaten. Das führt dazu, dass die Wand sich verdickt und dass Sie wie hier unten rechts sehen, dass der eigentliche Innendurchmesser vom Herzen abnimmt und damit die Durchblutung vom Herzen selber beeinträchtigt wird. Das ist ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert Jahre, Jahrzehnte. Und ausgelöst wirklich die Wurzel des Ganzen sind die sogenannten kardiovaskulären Risikofaktoren. Und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, was das genau ist. Das ist die Wurzel des ganzen Übels. Die schädigen die Blutgefäße am Herzen. Das führt zu diesen Einlagerungen, zu der Atherosklerose, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und das wiederum ist die Grundlage für den Herzinfarkt und viele weitere Folgeerkrankungen, die aus dem Herzinfarkt resultieren. Was sind nun die kardiovaskulären Risikofaktoren? Da gibt es eine ganze Reihe von. Allen voran einer davon ist der Bluthochdruck. Dann werden Sie sicherlich auch schon gehört haben, dass der Zucker, also der Diabetes mellitus und seine Vorstufen ganz erheblich auf die Blutgefäße, auf unsere Blutgefäße einwirken und sie schädigen. Die Fettleibigkeit oder in der Fachsprache Adipositas genannt gehört dazu. Auch die Gene spielen eine Rolle, wenn man selber in der Familie Eltern, Geschwister hat, die schon mal einen Herzinfarkt hatte. Da muss man aufhorchen. Es gibt familiäre Belastungen. Also die Gene spielen dort eine wesentliche Rolle. Das Rauchen nicht zu vergessen. Stress im Allgemeinen, das ist ja das Thema des Tages. Da leuchtet es wieder auf. Die erhöhten Blutfettwerte, Cholesterin, ich hatte es bereits erwähnt. Und da hängt natürlich mit allem ein wenig zusammen die körperliche Inaktivität. Nun geschieht aber beim Herzinfarkt noch etwas weiteres. Also die Atherosklerose, die Risikofaktoren, die Schädigung von den Blutgefäßen ist die Voraussetzung. Und beim Herzinfarkt kommt es dann dazu, dass so ein atherosklerotischer Plak, also eine Einlagerung in der Wand der Blutgefäße plötzlich einreißt. Und das ist für den Körper etwas, was eine unglaubliche Reaktion auslöst. Da kommen sofort durch den Blutstrom viele andere Zellen und Eiweiße hin zu dieser Stelle. Es lagern sich Blutplättchen an und dort kommt es dann zur Ausbildung eines Blutgerinnsels, was akut zu einem Verschluss des Blutgefäßes am Herzen führt und letztendlich einen Herzinfarkt verursacht. Das ist in den allermeisten Fällen die Ursache eines Herzinfarktes. Wie macht sich ein Herzinfarkt bemerkbar? Da will ich nur mit einer Folie drauf eingehen, weil Frau Erbs nachher in einem separaten Vortrag nochmal über diese Symptome, über die Schmerzen, die man da verspürt, eingeht. Wesentlich sind eben hier die Brustschmerzen verbunden mit Kurzatmigkeit, Übelkeit, Angstschweiß. All diese Sachen, wenn das auftritt, immer an den Herzinfarkt denken. Das sind die wesentlichen Charakteristika des Herzinfarkts. Und wenn sowas auftritt, ein Herzinfarkt vorliegt, dann zählt wirklich die Zeit, dann tickt die Uhr. Warum? Ich hatte Ihnen gesagt, es kommt zu einem akuten Verschluss eines Blutgefäßes. Das sehen Sie hier oben mal angedeutet. Also hier, dieser runde Kreis wäre das Blutgefäß. Das ist zu. Und das bedeutet, dass ein bestimmter Bezirk vom Herzen, der hier so leicht bräunlich angefärbt ist, nicht mehr mit Blut versorgt wird. Das Problem ist, dass der Herzmuskel das nur für eine bestimmte Zeit aushält, so eine Sauerstoffminderdurchblutung oder fehlende Sauerstoffversorgung. Nach 20 bis 30 Minuten beginnt der Herzmuskel damit, dass er zerfällt. Das sehen Sie hier an diesen schwarzen Bereichen. Also da geht das Gewebe zugrunde mit zunehmender Zeit. Also je mehr Zeit verstreicht, umso größer wird das Areal mit dem Gewebe, was zugrunde gegangen ist. Und je nach Patient und je nach Charakteristika ist es dann nach zwei bis zwölf Stunden so, dass tatsächlich hier das Herzgewebe komplett abgestorben ist. Und das ist auch die Ursache für die Akutkomplikationen des Herzinfarktes. Nämlich da sind zwei wichtige zu nennen. Einmal die bösartigen Herzrhythmusstörungen. Die können so bösartig sein, dass sie plötzlich zum Tod führen. Und das zweite ist, dass natürlich Herzmuskelgewebe zugrunde geht und eine akute Herzschwäche auftreten kann. Im schlimmsten Fall kommen wir dann in den Bereich des Herzschocks. Mit anderen Worten, wenn man das zusammenfasst, ist Zeit Herzmuskel. Also man muss schnell reagieren, um genau eben dieses Zugrunde gehen des Herzmuskels zu stoppen. Das wiederum bedingt, dass sie, wenn sie diese Symptome verspüren, unbedingt den Notruf alarmieren sollten. Die Notärzte, die Rettungssanitäter werden dann, wenn sie diese Beschwerden haben, als erstes ein EKG schreiben und schauen, ob sie dort EKG-Veränderungen haben. Das ist nämlich wichtig, um den Herzinfarkt genauer einzuteilen. Es gibt zwei große Formen, vereinfacht gesagt. Es gibt die Formen, die mit eindeutigen EKG-Veränderungen einhergehen. Das sehen Sie einmal hier. Hier ist so ein normaler EKG-Ausschlag. Und beim Herzinfarkt sieht man hier, dass dieser Bereich vom EKG, wir nennen das die ST-Strecke, dass die plötzlich nicht mehr so wie hier, hier unten verläuft, sondern dass sie ansteigt. Also eine ST-Streckenhebung entsteht. Das ist der ST-Streckenhebungsinfarkt. Den kann man akut bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer es auftritt und mit einer EKG geschrieben wird durch den Rettungsdienst erkennen. Und das ist ein absoluter Notfall. Dann heißt es sofort in die Klinik, sofort in ein Herzzentrum oder eine andere Klinik mit einem Herzkatheter, dann ist ein Herzkranzgefäß, ein großes Herzkranzgefäß zu, was unbedingt wieder aufgemacht werden soll. Ich will nicht vergessen zu erwähnen, dass es einen anderen Form von Herzinfarkt geht. Das ist der Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt, wo eben diese Hebungen, die ich Ihnen gerade angedeutet habe, nicht auffällig sind. Es können andere LKG-Veränderungen auffällig sein, aber nicht diese ST-Streckenhebungen. Und beweisend für diese Form von Herzinfarkt ist eben eine Blutabnahme und der Nachweis von bestimmten Blutwerten. In diesem Fall ist es manchmal möglich, dass sie eben auch nicht direkt in ein Herzzentrum oder einen Herzkatheter kommen, sondern dass hier auch durch den Rettungsdienst, der in Anführungsstrichen Umweg über eine erstaufnehmende Klinik erfolgen kann, wenn der Patient beschwerdefrei ist. Ich habe es gesagt, das Hauptziel einer Behandlung ist gleich beim Hebungsinfarkt wie beim anderen Infarkt. Man muss schauen, welches Herzkranzgefäß zu ist. Man muss es zeitnah und sofortig wieder eröffnen. Und hier kommen wir jetzt wieder auf Andreas Grönzig zu sprechen. Denn Andreas Grönzig hat es zum ersten Mal vollbracht, eine Verengung an den Herzkranzgefäßen wieder aufzudehnen. Er hat dafür über die Leiste ein kleines Schläuchlein vorgeführt über die Hauptschlagader. Die sehen Sie hier, wie sie hier hochgeht. Er ist dann hoch zum Herzen gegangen, hat die Herzkranzgefäße, die ich Ihnen initial gezeigt hatte, aufgesucht und hat dort einen Ballon eingeführt und eine Verengung erweitert. Und das Prinzip, was er damals begründet hat, das wenden wir heute noch an. Ich habe Ihnen hier einmal ein kurzes Beispiel mitgebracht. Das ist ein Patient mit einem akuten Infarkt. Sie sehen hier vorne noch die Reste eines Blutgefäßes, was dann aber plötzlich abbricht und verschlossen ist. Es war eine Patientin, die hatte akut Beschwerden. Es war in diesem Fall ein sogenannter Hinterwandinfarkt. Wir haben dann diese Engstelle mit einem Draht, den Sie hier sehen, überwunden. Das Ding, was hier oben runterkommt, ist der sogenannte Katheter. Das ist das, was ich Ihnen gerade schematisch eingeführt hatte, das er gezeigt hat. Das wird über die Leiste eingeführt. Die Engstelle wird dann mit einem Draht überwunden. Es wird dann ein Ballon und ein Stent eingeführt. Den sehen Sie hier in diesem Bereich angedeutet. Die Stelle wird aufgedehnt, abgedichtet, überdeckt mit einem Stent. Und im besten Fall haben wir dann so ein Ergebnis, dass das Blutgefäß wieder komplett durchblutet ist. Das ist aktuell die Methode der Wahl, wenn sie verfügbar ist. Sie ist einer anderen Behandlung, der Medikamentenbehandlung von so einem Infarkt überlegen. Das wissen wir mittlerweile. Es gibt die Alternative, dass man diese Blutgefäße auflöst mit einer Blutgefäß auflösenden Infusion. Aber wenn man diese beiden Verfahren vergleicht, dann muss man sagen, ist der Katheter deutlich besser. Es kommt zu weniger schwerwiegenden Komplikationen, wie Sie hier in diesen Kurven einmal entnehmen können. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass es ja eigentlich, wenn der Herzinfarkt auftritt, eigentlich schon zu spät ist. Eigentlich müsste man ja, wenn Sie sich an dieses Bild erinnern, viel früher angreifen und schauen, dass der Herzinfarkt gar nicht erst auftritt. Also man müsste die kardiovaskulären Risikofaktoren frühzeitig erkennen und frühzeitig behandeln, um eben diese Folgeschäden alle zu vermeiden. Also mit anderen Worten, Vorbeugung ist besser, denn diese kardiovaskulären Risikofaktoren, die sind tatsächlich beeinflussbar. Wie können wir sie beeinflussen? Gut, zum einen können wir unseren Lebensstil, wenn er nicht okay ist, können wir ihn beeinflussen. Dazu gehört, dass wenn wir rauchen, dass wir auf Nikotin bestmöglich verzichten sollen. Wir sollten schauen, dass wir uns regelmäßig aktiv bewegen im Sinne eines Ausdauertrainings. Die Vorgaben sind da relativ intensiv, muss man sagen. 30 bis 60 Minuten pro Tag, 3,5 bis 7 Stunden pro Woche. Das mögen wir sicherlich nicht alle ganz erfüllen können, aber das sollte das Ziel sein. Wir sollten schauen, dass wir tatsächlich bestmöglich eben diesem Ziel folgen und körperlich aktiv sind. Wenn wir übergewichtig sind, das hängt natürlich auch mit dem körperlichen Training zusammen, sollten wir das Gewicht reduzieren. Das können wir zum Beispiel mit einer Umstellung der Ernährungsgewohnheiten machen. Die Empfehlung ist da aktuell die mediterrane Ernährung. Was gehört dazu? Wir sollten eher auf Vollkornprodukte statt auf Gebäck und Kuchen zurückgreifen. Wir sollten eher rohes und gekochtes Gemüse statt Gemüse in Butter und Rahm einnehmen. Hülsenfrüchte, Obst sind wichtig. Wir sollten auf Softdrinks, alles was viel Zucker, viel Fruktose hat, verzichten. Eher helles, weißes Fleisch statt das rote Fleisch schauen, dass die Magermilch, der Joghurt nicht zu viel Fett enthält. Also mit anderen Worten, das was Sie hier in der Mitte abgebildet sehen, die mediterrane Empfehlung, mit der man viel erreichen kann und mit der man nicht nur die, beispielsweise das Übergewicht beeinflussen kann, sondern auch viele, viele, viele andere Risikofaktoren gut beeinflussen kann. Wesentlich, ein wesentlicher Faktor, ich hatte es anfangs erwähnt, ist das Cholestrin, also eines der Blutfette, was sich hier in den Wänden einlagert. Das sollte man in jedem Fall mal bestimmen lassen. Empfehlung ist aktuell einmalige Bestimmung bei Männern mit dem 40. Lebensjahr oder ab dem 40. Lebensjahr bei Frauen, ab dem 50. Lebensjahr und wir haben aktuell genaue Zielwerte. Also wir können Ihr persönliches Risiko für einen Herzinfarkt, aber auch für Schlaganfälle oder was auch immer, kalkulieren und in Abhängigkeit von Ihrem persönlichen Risiko gibt es Zielwerte für das Cholesterin und da sollte man schauen, dass man die erreicht. Körperliche Aktivität, Lebensumstellung, Lebensstiländerung, Ernährung ist das eine und wenn das halt nicht ausreicht, muss man auch Medikamente auf Medikamente zurückgreifen und auch da haben wir mittlerweile doch wirklich effektive Optionen, um das LDL-Cholesterin in einen guten Bereich zu bringen. Ähnliches gilt für den Zucker, für den Diabetes und auch für den Bluthochdruck. Man muss in jedem Fall schauen, liegt denn so eine Erkrankung vor, liegt ein Diabetes vor, liegt ein Bluthochdruck vor und sich dann die Frage stellen, wie gut ist er kontrolliert. Auf der linken Seite sehen Sie, das für den Diabetes einmal aufgezeigt, da gibt es in Abhängigkeit von Begleiterkrankungen, vom Alter so einen gewissen Zielkorridor, den man da mit dem sogenannten Langzeitblutzucker anstreben sollte, der HbA1c, wenn man eine Veranlagung oder wenn man eine Zuckererkrankung hat. Aber auch da haben wir mittlerweile gute Medikamente für, um das zu erreichen. Da ist gerade eine sehr dynamische Entwicklung in diesem Bereich, um hier tatsächlich zu schauen, dass der Diabetes gut kontrolliert ist. Ähnliches gilt für den Blutdruck. Auch hier gilt regelmäßig schauen, hat man einen Bluthochdruck und dann eben auch kontrollieren. Beispielsweise in der Häuslichkeit, viele von Ihnen werden dort auch die Blutdruckmessgeräte haben, um zu schauen, dass der bestmöglich eingestellt ist. Damit wäre ich am Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen hier alle für Rückfragen zur Verfügung. Schreiben Sie gerne in den Chat, wir werden Sie dann hier gemeinsam besprechen. Vielen Dank.